das ist aber lieber die Bewertung so ist es nämlich auch der Jahrhundert halbiert es ist einfach so ich weiß nicht wie nach die Erbungen nach die Errechnung anscheinend sitzen da wohl irgendwelche irgendwelche sechsjährige oder was die dann da irgendwelche Zahlen eintippen oder was so die man so schön sagt, das ist Milchmädchenrechnung genau, ja also Kupfer haben wir jetzt mal einiges zusammen da können wir mal gucken, vielleicht können wir uns da schon mal eine erste Rüstung zusammenklappen mit ich habe gerade auch ein bisschen Kupfer mitgenommen fahren wir gerade noch mal kurz ein bisschen weiter ja, ja, ich fahre mir jetzt hier erstmal noch ein Stückchen zusammen jetzt oh, da ist noch Gold, dann nehme ich mal mit würde ich sagen dann können wir, denke ich, mal ganz gut gebrauchen ja, können wir ja, ich fahre jetzt mal hier noch ein paar Sachen zusammen vielleicht kriegen wir noch genügend zusammen, dass wir hier eine Spitzhacker upgraden können Rüstung basteln, vielleicht sogar noch ein Schwert, muss man mal gucken ich nehme da eine Geldkassette mit nimm du mal mit, hör mal gönn dir mal richtig so hat sehr gelohnt äh, ta na komm ich verschlack gerade einen deiner ich verschlack gerade mal Hustle, wenn er zu weit oben ist das gehört, ich habe gerade einen deiner entfernten Verwandten umgebracht hier ach so du musst ja auch im Stammbuch eintragen, ne? als der entfernte Verwandte ja, ja, klar ja, ja, ja so wir kommen da jetzt wieder hoch hier schöne Musik gerade hier am Laufen sehr schön äh, bei mir gerade auch ich finde das immer geil, wieso das hier eingebaut haben, diesen Wechsel der Musik dann ja, das least eben noch um Kloppen von der epische Kampfmusik und dann so dule-dule dule aber ich muss dir ganz ehrlich sagen so mit dem, äh, mit dem Musikrhythmus hier das haben sie besser im Griff kriegt wie bei Minecraft das ist richtig weißt du, bei Minecraft ist so die Abwechslung von der Musik nicht so der Bringer ja, das ist richtig wart ja immer noch darauf, dass sie bei Minecraft mehr Musik mit einbinden, weil so an und für sich ist die Musik echt schön, die die damit eingebunden haben ja, so an und für sich ist durchaus schön, klar, es sind schöne Werke dabei, aber eben die Häufigkeit, das fehlt einfach ja, richtig deswegen habe ich auch schon seit ewig drei Tagen eine eigene Playlist im Hintergrund laufen nach der Musik die Minecraft Musik komplett ausgemacht das habe ich schon seit Anfang an so, was ist denn das jetzt? Eisen? ach, Silber, ok ja, können wir auch mitnehmen ja, nimm einfach mal alles mit, das können wir irgendwie alles, können wir das gebrauchen also Farbenhurenmodus aktiv jetzt müsste ich noch so die Anwaltsequenz von einem alten 14 4K Modem einbauen ach, boah, Alter boah, das käme jetzt richtig gut da hast du ab 10 Uhr Internetverbot wegen Lärmbelästigung ja, richtig richtig oh guck mal, im Schnee gibt es ja auch Rohstoffe ja, gibt es ja, mal gucken gehen so oh, Kohle schön großer Kohle das ist mir egal, ich habe Kohle gefunden äh, seh na, immerhin 20 ach, jetzt komme ich da nicht durch so ich gerade mich jetzt nicht mehr einfach mal kreuzen quer durch den Schnee mal gucken da oben ist die blaue Erde hm, schade hm, schade la, 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 la Thomas noch Kohle, das ist perfekt bin ich gerade auch irgendwie unter Schnee bin ich hier gerade ja, du bist recht von mir ja, ja, das ist dann gut sein ne, ist so mein Hut lügt nicht hm, hm, hm ich habe abgedreht auf Windows 3.11 hau hm, hm so, dann haben wir Eis das sehnt, ich habe mal das alte Windows 1.0 runtergespissen hm, hm, hm Windows 3.1 war out of date deswegen ja, ja, richtig ja, ja, ich habe kurz halt eben update gefahren mit 14.4k-Mode mir hm, hm ha, hm hat wahrscheinlich monatig gedauert, ne hm, hm da ja es ging jetzt wieder an der Oberfläche auch tatsächlich in der Übertragungsrate von 54 KB schön wär's gewesen, wenn du das gehabt hättest du das ist wohl wahr so ich mach mal hier raus noch mehr Silber, sehr schön was er gut ist im Schnee oder im Schlamm oder auch wenn du so eine Teerschicht hast, da geht das richtig schnell ja, das ist sowieso geil boah, das wäre cool, wenn wir hinter so einen Teerplaneten finden würden das wäre richtig geil, da könnten wir mal fahren wie die Blöden ey, Alter, da hättest du Rohstoffe satt so, hab schon wieder keine Fackeln mehr also so gucken, wenn wir hier so einigermaßen gut rüstungsmäßig sind dann können wir mit dem Schiff in die Beta-Region ja, richtig, können wir dann machen da haben wir dann wenigstens schon mal so ein bisschen höher entwickelte Lebensformen ah, ich seh dich, du äh, du bist ja gerade irgendwie in der Wand drin ja so, reinsetzte Kohle, nicht idiot, hab die Baumstämme oben abgelegt ach, ich brauche mal eben kurz gerade mit durch oh, Licht sooo wir wollen mal nach oben ich, ja gucken wir mal, was wir jetzt da so an Rohstoffen zusammenkriegen fallen, das Kupfer können wir schon mal reinhauen scheiße Erde hier, das da ja, das können wir auf jeden Fall mal machen da kann man mal gucken, vielleicht können wir uns dann irgendwie schon was an Rüstung zusammenhacken oh, hier oben ist, äh, Frischluft, da kommen wir raus scheiße, nicht eins gekriegt ach ja ach ja so, nee, aber ich muss mal auf jeden Fall eine andere Waffe machen das mit dem nach vorne schlagen ist ein bisschen dämlich ja, finde ich auch fehlt der Angriffsradius einfach so äh, was soll man hier, Kies äh, Gold da, da, da na, Schleim schmeiß ich aber weg, damit kann man nichts bauen kann ich, es melden gerade du kannst ja deins mit draufpacken ja schmeiß mit rein hier, zack so, ich guck mal, was da so eine Rüstung kostet wupp, wupp, wupp kupferrüstung ach ne, genau, da mussten wir ja mal am Ambus, ne genau ja, guck ich mal eben so, da packe ich mal die Seeds rein, da hab ich noch 5 Rohres Fleisch die Pflanzenfasern können wir auch noch reinballern also, ein Kupferhelm kostet 20 Kupfer ne Kupferhose oder ne, die Kupferschuhe, die kosten 12 mhm und ach, deswegen hatten wir keine gemacht genau, weil wir nichts mehr hatten genau, genau, ne Kupferchessplate kostet 35 ok also Barren dann, ne genau, genau mhm, ok, gut ah, gut das ist grad du dich geschmolzen mal gucken, was wir zusammenhacken können wird sich was finden so ein bisschen Fleisch äh willst du dann erst die Kupferrüstung haben oder soll ich mir erst eine machen, weil ne, wir teilen das auf, soweit wie es reicht ja also ich könnte uns, ähm auf jeden Fall schon mal Schuhe machen ähm für beide ja dann mach das mal so wie es langt dann oder ne, doch nicht warte mal, was ist denn hier mit dem Helm ne, ich hab nur 55 Kupfer, das reicht gerade mal für ein paar Schuhe ja, dann machst du ein paar Schuhe oder ein Helm oder eine Chessplate da mach ich mir erst mal eine Chessplate und dann gucken wir, dass wir da jetzt mal weiter in der Farm gehen genau obwohl warte mal, wir haben hier noch Kupfer ich guck mal gerade, ob ich noch eine für dich machen kann sooo ich könnte dir, ähm einen Kupferhelm oder Kupferschuhe machen, man will sie haben was bringt denn mehr Rüstung? äh, warte, da muss ich mal kurz gucken, wo der Tier steht mit dem Rüstungswert Ambo, sooo was die steckste war, für die man machen kann, das ist doch Bullshit also wenn ich da richtig sehe, dann ah ja, genau, alles klar, das Schild ist bringt beides gleich viel, also ok, ja dann ist ja egal, was man da macht dann mach ich dir mal einen kurzen Helm sooo hm, wo hab ich's denn? äh, warte mal ja hast du schon geklöppelt? ja ok, schade die Schuhe könnten wir upgraden wird sogar für beide reichen könnten wir direkt auf, äh, Eisen upgraden ok mhm wir werden das hier äh, Quatsch, es geht, zieh ich mir schon mal an 2, 1, 2, 1 ok Schuhe könntest upgraden, würde genauer reichen ja oh man wird Leder hingeschmissen dann grade du doch deine Schuhe abnehmen dann ist das nicht aus verdienen alter hast du Kirschen auf den Augen, oder wie? äh, sieht bescheuert aus, ne? dilililid dililid oder machen wir einfach so, Tilt das sieht aus wie so'n Porno-Typ, ey so'n Porno-Stars das sind's dreckige Liebe machen, Morgere soo gibst du noch grad mal die Schuhe? dann kann ich die schon mal upgraden meine? äh, ja beide dann einmal ja, ich hab jetzt noch Kupferhelm und Kupferchessplate hab ich jetzt noch an ach so, Schuhe hast du jetzt gar keine gemacht? äh, ne, ich hab jetzt äh, aus Versehen grad den Helm gemacht, aber wie gesagt, bringt er beides gleich viel deswegen mhm so, ich hab dir da auch noch mal Kupfer hinten hingeworfen jup soo ach so, warte mal, jetzt hast du ja Alter, guck mal, das sieht aus wie so'n Gocke ach, nein ach, jetzt hast du ja hä? Standardaffen-Commanderschuhe, null Rüstung was, hast du jetzt seine alten Schuhe hingeschmissen? ja ja mit dem kannst du ja nichts anfangen ist das ein Vogel dann, dann schmeiß mal wieder rüber da, dann kann ich sie wieder anziehen das sind Standardschuhe, die bringen dir nichts ach, die, die haben gar keinen Rüstungswert, oder was? nein ja, RTF was hast du jetzt gecraftet? äh, ich hab mir jetzt ähm, äh, Kupferchessplate und ein Kupferhelm gecraftet und für mich äh, warte, dann gibt ich die, 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 ähm ach, verdammt den Helm Jatz weil sich stuck dafür wieder hier jaten z Excellence zählt Nene äh Fakke wo wollen wir uns jetzt hin wo ich jetzt einfach mal hier runter mal gucken was wir so finden aber es soll noch mal was ich habe es noch nicht wie denn da ja ich sage ja da müssen wir andere Waffen machen das bringt nichts warum wacke ich hier rum? was so jetzt? oh verdammt meins oh da oben ist noch was das nur nicht wartet ist scheiße keine geile Kassetten erst da ich kann mal in die Heiligen Eimern ja wie geil auch hier waren wir schon schade ja ja aber hier ist noch was in der Wand drin deswegen also so starten wir eben kurz so ab hier ja hast du meinen kurzen Abschluss geschaffen so ich habe dann sie eben mal vergrößert hier was ich auch cool finde wenn du ins Wasser gehst dämpfen sich auch die Geräusche und alles ja ja das ist richtig cool gemacht ey so hier ist alles Sand mal gucken gehen mal gucken gehen ich habe hier unten ist nochmal Kupfer oder was ist das? ich glaube ich habe noch eine Hülle hier gerade freigegraben ne Eisen Eisen habe ich nochmal gefunden also ja immer mitnehmen hier immer mitnehmen ja immer mitnehmen ja das ist sowieso ne oh Gold oh was ist das denn hier und Kohle das war nicht sonderlich viel aber ne 1 Cent und Pixel okay was ist ein Cent ja ich habe fein Cent nicht normalen Sand ach so feiner Sand so aber wofür brauche ich den feinen Sand bitteschön zum Glas machen kannst du halt nicht mit normalem Glas machen? kannst du auch kannst du mit normalem Glas Glas machen? ja ja hä so ich grab mich jetzt einfach mal straight on nach unten ne da ist schon die nächste Höhle das nächste Höhle System mal gucken oh fuck äh um das geht aber ich glaube ich tief runter hm nein oh ne he man ach ich wollte gerade ein Schwert auswischen hab voll lauter Panik vergessen wie ich das Schwert zu können kack noob hier das doch ja echt eh das ist total unprofessional spielt niemals mit dem Anfänger das bringt euch gar nichts sooo ach hier ist noch mehr Schleim wo Schleim ist das Gift in der Nähe richtig aber hier ist noch Kohle